Moin moin und hallo! Heute zeige ich euch mal wie man so eine coole Dose hier aufkriegt. Es ist immer alles dabei was man braucht. Man braucht keine Zähne, man braucht auch keinen Öffner, sondern wir brauchen diesen Öffnungsschlüssel, der oben dran geklebt ist. Seht ihr? Mit ein bisschen Klebstoff. So, dann gucken wir mal die Dose an. Da ist jetzt so was Geriffeltes und da ist so eine Nase. Seht ihr diese Nase? Okay, dann packen wir mal, logischerweise nicht das Teil so rum, weil dann können wir es ja nicht drehen, sondern so rum da ran. Und jetzt kommt der Trick. Da ist eine Lasche drin, ein Schlitz und da ist diese Erhebung. Jetzt packen wir das da rein und lassen das mal da durchflutschen. Und dann fangen wir an in die Richtung zu drehen, wo die Lasche auch ist. So, jetzt drehen wir das mal auf hier. Und dann sollte es durch die Hebelwirkung auch funktionieren, dass wir dieses Teil aufkriegen. Mann ist das eine coole Technik! Total simpel und funktioniert wunderbar. So, wir drehen immer weiter. Da sehen wir auch schon ein bisschen von dem Inhalt der Dose uns entgegen blicken. So, während ich hier drehe, könnt ihr noch die gute Aussicht hier auf meine Dose genießen. Das kann man natürlich auch im Stehen machen, wie ihr seht. Aber zu Demonstrationszwecken kommen wir jetzt auf der anderen Seite an. Wir drehen aber noch ein Stück und... Batsch! Da haben wir alles aufgewickelt. So, jetzt müssen wir nur noch den Deckel nach oben setzen und dann haben wir auch schon Zugang zum Inneren der Dose. Geile Sache! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bitte abonniert mich, wenn ihr wollt! Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal! Soon soon!